Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, hier ist der Maximus, der Buchzeug zu The Crew und wir werden mal wieder im Multiplayer die Krone jagen und heute nehmen wir den Ruf RT35. Hatte ich mir als letztes mal gekauft, ich dachte weg mit dem Geld und wir werden... Hier ist das Prachstück, 3, 2, 1, los geht's! Diese Map sagt mir gar nichts, überhaupt nichts, oh, da muss ich mir erstmal ein bisschen zurechtfinden. Oh je, oh je, oh je, wir fahren erstmal hier, vielleicht kommen wir hier irgendwo lang. Oh, da war was im Weg. Oh je, oh je, ich bin ja richtig... Die haben auch alle, uh, die haben auch alle leichte, ja, Wegfindungsprobleme. Mal schauen, ob wir hier nicht irgendwo... Aha, hier ist der Weg, okay. Mann! Ob der Porsche jetzt hier das bessere Auto war? Hm, gucken wir mal. Ob wir hier... Der sieht irgendwie sehr, sehr schlecht aus. Hier ist ein Zeitboost. Gucken wir mal. Wo sind denn überhaupt die Gegner? Ah, wir fahren mal hier lang. Vielleicht haben wir doch irgendwie Glück. Und erreichen hier was. Sieht ja doch ziemlich mau aus. Zwei Leute gucken jetzt einfach... Oh, vorbeigefahren! Armbremse! Und jetzt hinterher. Ja, der Vorteil an dem Wagen ist natürlich, dass der halt ziemlich schnell ist. So, hier sind überall versteckte... Ja... Ja... Ey, irgendwie komme ich hier überhaupt nicht voran. Was ist denn hier los? Ja! Nee! Verdammt! Was ist da los? Ach, der hat den gerade gekriegt und deswegen hat der quasi so noch ein bisschen Pause. Ja, jetzt habe ich ihn! Los, jetzt aber weg! Weg, 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 weg! Los! Wah, 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 wah! Ah! Jetzt könnte ich vielleicht meinen Vorteil, ja, für mich nutzen, weil der Wagen ja gegenüber dem Geländewagen ja schneller ist und lässt sich auf jeden Fall hier auf den Schotter besser kontrollieren. Oh, ho, 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 hab ich ein Glück gehabt! Einfach hier jetzt eine Abkürzung nehmen und rum und Gas, 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 Gas! Schubrakete, komm! Platz zwei! Sieht gut aus! Und, jetzt muss ich mal gucken, jetzt, ah, ist wieder Glück gehabt! Oh, oh, nein! Nein! Verdammt! Zurück! Ey, du, das Gute an diesem Spielmodus, ich habe ihn wieder, ich habe ihn wieder, schön! Dass man sehr, sehr schnell, ja, von hinten, nein! Auf jeden Fall, wie er nach vorne stoßen kann. Ich habe die Krone wieder, ne? Ja, ja, ich habe sie, ich habe sie, weg! Oh, nein! Warum muss ich auch da hinfahren? Ich bin ein Trottel! Ey! Verdammt! Ich bin jetzt auf Platz eins! Jetzt hat der, ach, so! Aus dem ersten Video, müsst ihr mal gucken, war ja dieser Gelb. 360, wow! War ja schon Erster und der macht auf jeden Fall richtig Schubrakete. Nein! Nein! Na, was ist denn los hier? Was hinkt denn hier? Mann, Gabelschlapperklaus, johon! Musst du deine Karre hier so abstellen? Ich bin immer noch Erster, aber das sieht nicht gut aus. Das sieht echt nicht gut aus, ja? Oh, ich habe so ein bisschen Angst. Ihr kennt das wahrscheinlich. Wenn nur noch ein paar Minuten sind. Und ihr... Da ist er, da ist er, da ist er! Ich muss ihn kriegen, ich muss ihn kriegen, ich muss ihn kriegen! Ach, ich hab ihn! Ich hab ihn! Der ist Erster! Und ich könnte es jetzt auf jeden Fall schaffen! Ja, ja, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft! Und jetzt zurück! Nein, ich bin... Och, Mann, warum bin ich denn immer so ein Trottel? Wer hat denn den jetzt? Ein anderer hat den. Er darf den auf jeden Fall nicht kriegen, aber es sind noch über eine Minute. So, jetzt mal schnell die Krone holen. Hier. Ja, ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie! Nein! Wieder ein Gabelstablerklaus. Oh, jetzt hab ich sie abgegeben. Komm, wo... Wer hat die jetzt? Ich hab sie wieder! Gut, alles klar! Weg, weg! Nein! Oh, das läuft ja überhaupt nicht. Jetzt hat der wieder Ruhe. Oh, Mann, 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 Mann! Nicht jetzt zum Schluss hier! Komm her! Och! Aber der Porsche macht sie richtig gut hier, muss ich sagen. Obwohl... Ich... Doch, manchmal ein bisschen... Doch, manchmal ein bisschen... Daneben... Oh, nein! Der Falsche hat den! Der Falsche hat den! Komm, komm! Bleib stehen! Oh, ich bin jetzt nicht mehr erster. Das ist ärgerlich. Da ist er. Bam! Ich hab ihn wieder! Nein! Oh! Ohohoho! Schade! Schade! Wieder nur Zweiter. Wieder gegen den... Aus dem anderen Video verloren. Und mal gucken, wie wir jetzt in der Liga gestiegen sind. Wir wollen ja... In der Liga mal auf Platz 3 Bronze kommen. Bisschen Tuning-Teile fürs Auto. Starten wir gleich mal aus. Und... Ja, gab einen Schub, ne? So, mit den Worten macht der Maximus einen Fisch. Haut rein! Bis zum nächsten Mal. Bye, bye! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.